Steiner, warum schreit hier so? Oder seid ihr jetzt etwa? Haupt meiner Blutentruppe! Puh, alle das schon nach der Stelle! Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, meine Damen! Ah, die Ehre ist jetzt noch an unserer Seite! Aber du kannst schon verpissen, du bist ein Arschbar! Ey, wir haben 1000 Damage-Schaden! Steiner, wieder! Steiner! Steiner oder Steiner? Steiner ist besser! Steiner! Stopp, stopp! Ey, das ist ein cooles Polaris-Dichtschwert! Yo, 1000 Damage-Steiner! Greif an, mit einem 1000 Damage-Schaden! Nein, das wollte ich nicht! Das wollte ich! Und du machst aber irgendeinen Schaden, weil du bist gut! Wow, 1000 Damage-Steiner zugeschlagen! Yo, Bär-O-Bär-Bär! Bär-Bär! 1000 Damage-Steiner! Greif an! Los, 1000 Damage-Steiner! Du musst erst... Ja, die Schläfte-Schlafen-Bütze! 1000 Damage-Steiner, ich bin enttäuscht! Tief enttäuscht! Du kannst so ein fettes Vieh nicht verfehlen! Hier, die Zeck mal, wie das geht! Boah, siehst du, dass ich mal 50 Schaden freier! Ja, das hat eine komische Sicht, wenn ich in die Höhe! Du bist scheiße! Wenn ich wieder zweimal! Ha, die Nacht muss ich vom Recken! Haha, war nicht mit uns! Aha! Schön, dass ich mal keinen Speicherplatz finde! Na ja, wenn die Aufnahme einfach abbricht, wegen Fraps, spiele ich einfach bis zum nächsten Speicherpunkt! Und dann erkläre ich euch, was ich gemacht habe! Hoch, geht wieder hoch! Ich musste es! Verdammt eine Falle! Zurück, 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 zurück! Waren weg! Und schon wieder! Und wieder die Falle ich habe, na ja! An mir, ähm, an diesen Anliege kann ich mich gar nicht satt sehen, sag ich! Jetzt war die der trächtigen, klein, starring Ststicks, hier krieg aus, sag ich! Du kommt ne nie mehr aus, aa Yup, sag ich! Ja, ich solle weil es selber U вдруг im weg und denk, ich klaut da mit kommt die durch, oder was! Batsch! Ey, Blank, zieh da, Entschuldig ich, dannùng, hier ging's nicht! Blank! Ich liebe dich, Mann, so viel! blank hierher nicht so schnell mal körper gehorcht noch nicht so recht aber wenn wir nicht hin machen geht es die damen die an den kragen und so wer bitte die die neue von zittern oder was hoppla du weißt du ja gar nicht was wovon redest überhaupt ich komme nicht ganz mit aufgefressen warum ist warum ist er weit nicht versteinert der wurde verstanden hat denken stelle und so ja ja du bist auch moment mal der bald wurde verstanden egal der teils ich denke ich trotz allem schön wie auch immer ich hörte dass in der klemme sind ich bin so schnell wie möglich das sind vermutschen weil die herge flitzt ja auch ich kann man nicht verlassen alter kumpel was war wusste das die dann der jahre blablabla blenkt markus war na na okay jetzt lese ich wieder auf geht's ehrlich gesagt dass sie sich bedankt und jemand gar nicht weiß was sie machen soll und sie ihre tage gesagt ich weiß ob ich heute als hochladen kommen ja nein 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 seitdem von ihr gekommen was hast du die liga und so eine schlimme erfahrung war sicherlich hart da kommt was die gar keine tun soll ich armin ausländischer namen gargantula das ist die gargantula sondern einsteigen muss einsteigen wir haben keine andere wahl oder nein lili aber was was wollte ich denn nur machen darüber kannst du nachher den kopf zerbrechen du fragst dich warum sie zurückgeliebt sind weil sie es wollten alle miteinander außerdem mussten mal jemand die rückendeckung übernehmen welt x freya marcus blank und sogar steiner sagt sie alle kämpfen damit wir hier weg können also was ist das wohl was du jetzt hat blüht einsteigen weil meine fest aufnahme gleich weg geht weil ich vielleicht scheiße ist nur 60 minuten aufnimmt sechs folgen halt und jetzt steckt da ein idiot jetzt springt ich bringe da ja und sag mal wollen wir eigentlich ja wir wollten die komischen baselisten die noch mal besiegen es hat mir nach trainer gehen dort müssten wir uns dann aber wirklich überlegen wie es weitergehen soll bleibe und warum was ist das ja 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 wir kennen es ah dieses monsters kenne ich doch wir können zu fuß gehen schneller bitte hey ho warum ist auf einmal grün ich wusste es passt auf er hat nöde hörner damit ich kann uns ausspießen und aufessen und überhaupt sowieso ja 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 grüne wurst grüne raupe kommt etwas grüne banane du komisches hornmonster du du sammelst du so und der trick hierbei ist wir lassen die angreifen babi bopo holly geht zuerst natürlich erst zuerst dran ja ich stehe ich mich auch ich stehe drauf worte von dann kugelt er sich so komisch ein da kann man mit zaubern im menschen schaden machen beng kugelig ein du wurst kopf ich sollte einfach nix machen da kann ich in der zeit heilen das ist schon die ganze strategie joo eine phoenix fieder ich weiß ich weiß ja ich vergiss dass ich welche sarne ich glaube kälte ob sa ob sa ob sa ich sollte glaube ich dann zaubern wenn er sich verhärtet ja das war so ja das spieler gespielt die hau zuerst weil ich habe ich mit sie dann klauen und mit wie wir zaubern das ist sehr simpel er ist immer als war seine schwäche alles was heile nicht schwäche mein lösungsmuster so weit hinten hau zu willy keulemann basel ist man typus virus scheiß digimon oder ist damit einfach und dann sie sich aufhärtet ok was ist man level ultra wurm die mann typus serum attacke erstelle ich habe sammeln du nein klaus das hat das war nicht schon wieder immer wieder immer wieder du das an oder papa papa adam anweste geklaut ich wusste nicht dass er das hat ja kann sein dass gleich wie gesagt mal auf dem zusammen sage ich jetzt schon mal schiss also wenn es einfach weg ist dann wisst ihr bescheid dann gehe ich mich zum nächsten speicherplatz und sagen euch was passiert ist boah meine fresse ey bibi lad dich schneller auf deine atb sehr schön genau bei seinem ding und das danach an und ich glaube ich habe alles aber seine schwäche ich bin mir ziemlich sicher eigentlich ich ich bin einfach gut ich bin einfach gut ach ja das lebe schön mit 4.500 damage ach ja ja ich sage euch später was sie alles sagen da so weil er mich erlebt doch und die fragen sich warum die garanz schneller bewegt